Shhhhh 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 Aaaaaaaaaaah IT? IT! Ah! IT wach auf! Was ist denn? Hä? Wir sind schon wieder im Gefängnis gelandet! Hä? Ja, aber wieso? Hä? Wir sind doch gestern hier, ist wieder ausgebrochen! Hä? Oh, ich bin doch total müde! Guck mal, es ist doch total dunkel! Ja, es ist doch Nacht und alles, ne? Ja, aber niemand ist da! Sogar unsere Tür ist offen! Hä? Das ist voll ungewöhnlich! Das kann doch gar nicht alles sein! Hä? Ja, was ist denn los? Ich weiß es nicht! Guck mal, wie gruselig das hier bei Nacht ist! Das habe ich ja noch nie gesehen! Ich habe richtig Angst irgendwie! Ja, sonst wäre man Tag, ne? Alter IT! Ich habe heute so ein Video gesehen über diesen komischen Momo da! Diese komische Horrorgeschichte, hast du das auch gehört? Ja! Der soll gruselig sein! Alter, das soll so sein, wenn man dem irgendwie über WhatsApp schreibt oder so! Über so ne komische Nummer! Dann soll der irgendwie gruselige Dinge machen oder so! Ich habe das vorhin mit einfach probiert und wir haben dem über WhatsApp geschrieben! Ich habe die ganze Zeit schon total Angst! Ja! Was ist WhatsApp? Ja! Ich schreibe nur noch Briefe! Ach so! Nein! Aber weißt du, ich habe die Nummer angeschrieben und irgendwie ist nichts passiert! Aber ich habe trotzdem total Angst! Weißt du, ich bin manchmal so ein übelst ängstlicher Mensch bei sowas! Ja, ich auch! Aber es ist schon gruselig! Guck mal, jede Zelle ist leer! Nichts ist da! Und die Wärter sind auch nicht da! Die sind auch nicht da! Aber Nacht sind doch normal auch immer Wärter da! Der müsste doch mittlerweile endlich aus dem Urlaub zurückgekommen sein! Warte! So! Gucken wir mal in unsere Kiste, ob da was drunter ist! Hier sind nur Äpfel drin! Diesmal sind sogar keine Lucky Blocks da drin! Ja! Warum? Ich weiß es nicht, warum hier nur Äpfel drin sind! Das ist ja blöde! Lass mal weiter suchen! Hier! Ich habe echt keine Ahnung! Wo sind die ganzen Leute? Oder hast du Alpha hier irgendwo rumlaufen gesehen? Ja! Ich habe hier gar keinen gesehen! Lass mal Alpha suchen! Lass ihn mal suchen! Ja! Alpha! Komm raus! Alpha! Alpha! Wo versteckst du dich? Der ist bestimmt schon wach! Lass mal in der Küche nachsehen! Nein! Warte mal! Das habe ich ja noch nie gesehen! Seit wann gibt es das? Warte ich komme zu dir hoch! Alty! Warte Alty! Ich komme zu dir rüber! Ja! Komm her! Wie funktioniert das? Warte! Oh nein! Oh! Warte ich muss nochmal neu probieren! Warte ich komme dann ganz schnell hoch zu dir! Ich habe das gerade nicht geschafft! Da ist so eine Druckplatte und da kann man dann rüberjumpen oder was? Aber du musst gut sein! Warte mal! Ich bin gut! Achtung! Nein! Ich schaffe es nicht! Ich probiere es jetzt auch mal! So! 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 Was ist da? Ja! Guck mal hier drinnen! LOL! Aber was ist hier passiert? Was ist hier passiert? LOL! Das sieht ja aus wie Tomatenketchup! Ist das Ketchup oder ist das kein Ketchup? Ich weiß nicht! Bestimmt prankt Alpha uns nur oder so! Das hat er bestimmt dahin geschmiert! Ja! Um uns zu ärgern! Genau! Aber weißt du was? Lass uns mal ein paar Lucky Blöcke aufmachen! Ja! Lass uns mal in die Küche gehen! Vielleicht ist da ja Alpha! Der ist immer so hungrig! Warte! Lass mal in die Küche gehen und da nach ihm suchen! Alpha! Alpha! Bist du hier? Hier sind Goldäpfel drin! Hier sind ein paar Lucky Blöcke drin! Die können wir auch mal aufmachen! LOL! Lass mal ein paar aufmachen! So! Warte! Das macht mir mega Spaß! Wir haben noch nie nachts Lucky Blöcke aufgemacht! Boah! Ich hab ein richtig starkes Schwert schon bekommen! Und ich ne Held! Alter! So! TNT! Ne Hose! Alter! Was ist denn das hier? Was denn? Ich hab ne Plural OP Box! LOL! Kann wir die aufmachen? Weiß nicht! Lass sie mal aufmachen! Vielleicht kriegen wir die ja sogar wirklich auf! Oh! Da kam nichts raus! Das ist ja doof! LOL! So ein riesiger Bogen! Oh mein Gott! Alter wie der schießt! Richtig schnell! Alter das ist ja mega cool! LOL! 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 Lass mal weiter gehen Alty! Ich hab meine ganze Lucky Blöcke aufgemacht! Ja ich auch! So warte! Lass mal weiter gehen ob wir irgendwas finden! Oder ob wir Alpha finden! Weil hier war er jetzt ja auch nicht! Ja genau! Warte! Lass mal weiter gehen! Ja aber wo ist der? Ich weiß es nicht! Warte! Hörst du das? Was ist das? Hörst du das? Ist das Alpha? Ist das Alpha? Das hört sich so an als ob jemand hier kaut! Warte! Warte! Warte mal! Was steht da? Was ist das eigentlich für ein Schild? Boxing Ring! Warte mal! Das Geräusch kommt aus dem Zimmer! Ja! Was ist das? Warte! Ich hab keine Ahnung was das sein kann! Lass da langsam rein gehen! Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Ist wer auf dem Tisch! Da ist wer auf dem Tisch! Ist das Alpha? Warte! Warte! Was ist das? IT lauf! Lauf! Das ist Momo! IT das ist Momo! Lauf! IT geh da nicht hin! IT! IT! Nein! IT komm! IT! Er hat mich! IT! Ich muss laufen! Oh mein Gott! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! Ich muss hier weg! IT! IT! Wo bist du? Komm zurück! IT! IT! Mach mal Piep! Wo bist du? IT! Ich hab mich gefressen! Nein! IT! Oh mein Gott! Er kommt! Er kommt! Oh mein Gott! IT wurde gefressen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich muss hier weg! Oh mein Gott! Oh nein! Er kommt! Oh mein Gott! Momo will mich und ich hätte diese Nummer bloß nicht anschreiben sollen! Warte! Ich muss hier schnell rein! Warte! Oh mein Gott! Ich muss hier schnell raus! Komm! Ich muss hier schnell raus! Nein! Nein! Der kommt! Oh Gott! Oh nein! Oh nein! Nein! Warte! Ich muss hier runter! Geh weg! Nein! Der hat IT gefressen! Oh mein Gott! Ihr dürft diese Nummer wirklich niemals anschreiben! Oh mein Gott! Geh weg! Warte! Ich baue alles zu! Der muss unbedingt weggehen! So! Nein! Der zündet das hier an! Oh nein! Bitte geh weg! Geh weg! Wurde der runtergesprengt? Ist Momo tot? Ist der gestorben? Hä? Wo ist der hin? Oh nein! Nein! Oh Gott! Der ist wieder da! Nein! Lauf! Oh mein Gott! IT! Oh mein Gott! IT! Wo bist du? Nein! 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 Der darf ich nicht fangen! Bitte nicht! Nein! Ich tu alles! Bitte! Bitte! Nein! 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 Okay! Es gibt keinen Weg mehr zurück! Geh weg! Los! Nein! Nein! Geh weg! Nein! 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 Warte! IT! 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 Aufwachen! IT! Du lebst noch! Du wolltest nicht gefressen! Wieso gefressen? Oh mein Gott! IT! Ich hatte gerade so einen schlimmen Traum! Es war nur ein Traum! Oh mein Gott! Ich habe von Momo geträumt, dass er mich fressen wollte! Ja! Das ist Momo! Egal IT! Egal! Alles ist gut! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Es war nur ein Traum! Ja! Was hast du denn? Ich hatte einen Albtraum IT! Alles gut! Alles gut! Also Leute! Rrrrrr! Wechsel es raus! Lasst einen like da! Wenn es euch gefallen hat! Schaut bei IT vorbei! Bis dann und... Ciao! Aaaaaaaaaaaaaaaahhhh!!